Jetzt machen wir mal einen Soundtest. Hier haben wir eine Starfield. Made in Korea. Jetzt gucken wir mal wie der Sound hier ist. Hier lassen wir alles so und jetzt probieren wir mal den Sound von hier an. Jetzt machen wir das hier unten. Da ist der Schalter ein Perfekt. So, jetzt nehmen wir mal eine andere Gitarre. Jetzt nehmen wir eine Peavey Gitarre. Peavey Gitarre und Peavey Versteiger. Mal sehen ob das was bringt. Die Einstellungen sind alle die gleiche wie die Starfield. Jetzt probieren wir mal wie hier der Sound ist. So, erstmal reinmachen. Okay, dann probieren wir mal. Dann spiele ich das gleiche Lied. So, jetzt haben wir wieder die andere Gitarre. Jetzt probieren wir mal wie das geht. Die Verstärkereinstellungen sind alle gleich. Alles gleich hier. Und jetzt probieren wir mal wie die klingt. So, das war's. Auf Wiedersehen. So, jetzt probieren wir mal. Vielen Dank.